Guten Abend, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Vortragsreihe zur Gewaltforschung, genauer gesagt zu Theorien kollektiver Gewalt. Mein Name ist Claudia Kemper, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Institut und ich darf Sie durch den Abend führen mit unserem Gast Michael Staudigl. Ich fange mit einem Zitat an. Wir haben nichts Geringeres vor, als den farbigen Menschen von sich selbst zu befreien. Wir werden sehr langsam vorgehen, denn es gibt zwei Lager, das Weiße und das Schwarze. Zitat Ende. Sätze wie diese finden sich in Franz Fanons 1952 publizierten Erstlingswerk Schwarze Haut, Weiße Masken. Schwarze Haut, Weiße Masken, das war und ist ein zentrales Referenzwerk des Postkolonialismus. Fanon war der radikale Theoretiker der antikolonialen Revolution. Fanons Werk wird oft zitiert und wird oft aus dem historischen Kontext gerissen und entweder zugespitzt auf eine Apologetik der Gewalt oder als Vorläufer postkolonialer Deutung von Identität. Fanon, und das ist jetzt hier für mich der entscheidende Punkt, war Mediziner und Psychiater, deren schwarze Haut, Weiße Masken eine Phänomenologie des Rassismus entwarf. Also Körper und Sprache mit Einbezug, um die Zuweisung der Andersartigkeit an den anderen als Voraussetzung der Selbstidentifizierung zu deuten. Fanon, der Psychiater, konnte auf eine reichhaltige psychologische Lehre über das eigene und das fremde, das eigene und das andere zurückgreifen. Vor allem, das liegt auf der Hand, auf Freuds Gewalt und Identitätstheorie, die ich hier nur ganz kurz in den Worten des Literatur- und Kulturtheoretikers Terry Eagletons wiedergebe, der 2011 ein Werk über das Böse veröffentlichte. Zitat, es ist diese schmerzliche Lehre, die mit fetischen, moralischen Idealen, Reinheitsfantasien, besessenem Wollen, dem absoluten Staat oder der falschen Führerfigur ausgefüllt wird. Darin gleicht der Narzissmus anderen Spielarten des Fundamentalismus. Die obszöne Lust an der Vernichtung des Anderen wird zur einzigen Möglichkeit, sich davon zu überzeugen, dass man noch existiert. Das Nichtsein im Kern der eigenen Identität ist, unter anderem, ein Vorgeschmack des Todes und eine Möglichkeit, den Schrecken der menschlichen Sterblichkeit abzuwehren, ist die Liquidation derer, die dieses Trauma verkörpern. Auf diese Weise beweist man, dass man Macht hat über den einzigen Gegner, den Tod, den man noch nicht einmal im Prinzip besiegen kann. Zitat Ende. Und, das füge ich hinzu, in dieser unvollständigen, in dieser nicht seienden Identität liege also der Auslöser für Gewalthandlungen. Und aus dieser Theorie ist ja längst eine vereinfachende Erklärung geworden. Und aus der Erklärung ist ein eingängiges Narrativ geworden. Das geht ungefähr so. Mörder, auch Mörder, Gewalttäter, mehrere in einer Gruppe versammelt, das seien in der Regel Menschen, die sich ihrer selbst nicht ganz sicher sind oder dies meinen, nicht zu sein oder es glauben, sein zu müssen oder irgendwie so ähnlich, so weit, so ganz grob vereinfacht, von mir wiedergegeben. Was sagen nun die Philosophen dazu? Präziser, was sagt der phänomenologisch arbeitende Philosoph dazu? Denn mit dem erkenntnistheoretischen Problem der Subjekt-Objekt-Spaltung, also mit der Differenz zwischen dem Erkennenden, dem Subjekt und dem Erkenntnisgegenstand, dem Objekt, beschäftigen sich ja beide Wissenschaften intensiv, so wie ziemlich viele andere Wissenschaften auch, also auch die Soziologie oder die Geschichtswissenschaft, die sich damit beschäftigt, wenn es um die Frage geht, welche soziale, körperliche, räumliche Interaktion zwischen den Gewaltausübenden und den Gewalterleidenden stattfindet, wie sie erfasst werden kann, wie sie erklärt werden kann. Und wie erklärt uns nun die Phänomenologie kollektive Gewalt? Ganz anders als die Psychologie oder andere Wissenschaften aus einer anderen Perspektive oder vielleicht doch nicht? Zur Erinnerung, die Phänomenologie, das ist diejenige Disziplin, eine philosophische Disziplin, die einen methodisch systematischen Zugang entwickelt und anwendet, um das menschliche Bewusstsein, um menschliche Erfahrung nachzuvollziehen. Phänomenologie geht über die Beschreibung eines Phänomens weit hinaus, weil sie nicht dabei stehen bleiben möchte, zu fragen, was das menschliche Bewusstsein wahrnimmt und erfährt, sondern weil sie auch fragt, wie die menschliche Wahrnehmung, wie das Bewusstsein tätig ist und wie es seine Erfahrung festhält. Streng phänomenologisch betrachtet treten die Dinge nicht nur im menschlichen Bewusstsein in Erscheinung, sondern auch erst durch das menschliche Bewusstsein treten die Dinge in Erscheinung. Evident ist nur, was dem Bewusstseinserleben entstammt. Und so wie das menschliche Bewusstsein die Dinge zum Erscheinen bringt, treffen die Dinge nicht ganz voraussetzungslos auf den Menschen. Vielmehr gehen Phänomenologen davon aus, dass sie, und jetzt zitiere ich zur Sicherheit unseren Gast Michael Staudigl, Zitat, dass sie in die Bedeutungsfülle seines Gegenstandes wahrhaft eindringen können. Zitat Ende. Und damit also auch eine Dimension oder eine Vorlagerung des Untersuchungsgegenstandes erfassen können. Und unser Untersuchungsgegenstand zur Erinnerung ist die kollektive Gewalt. Es geht also dem Phänomenologen nicht so sehr um Definitionen und Begriffszuweisung zwecks einer weiteren Analyse, sondern um die Erfassung des Sinnzusammenhangs, der sich in und mit und aus dem Gegenstand ergibt. Und wenn dem so ist, wie ich das jetzt hier grob vereinfacht, verkürzt und auch teilweise nicht wissend wiedergegeben habe, wenn dem so ist, dann ist es ja eine höchst spannende Frage an den Phänomenologen, wie er den Sinnzusammenhang von kollektiver Gewalt methodisch und empirisch zu fassen bekommt. Wie geht der Phänomenologe mit der elementaren Grundannahme von der Subjekt-Objekt-Spaltung um? Und wie kann er diese gleichzeitig produktiv anwenden, also auch empirisch unterfüttern, um eine universal gültige Phänomenologie der Möglichkeitsbedingungen kollektiver Gewalt zu entwerfen? Das sind Fragen, die sich mir aufdrängen als Nicht-Phenomenologin, noch nicht mal als Gewaltforscherin. Und ich muss es zum Glück nicht weiter ausführen. Glücklicherweise haben wir Michael Staudigl hier, unser heutiger Gast, der nämlich Phänomenologe ist, Philosoph und sich schon seit Jahren mit Gewalthandlungen, mit Gewaltphänomenen beschäftigt. Und ich bin sicher, dass er einige sehr viel genauere Ausführungen über den von mir nur ganz rudimentär angerissenen Zusammenhang uns bieten kann. Ich möchte Michael Staudigl ganz kurz vorstellen. Er kommt zu uns von der Universität Wien, vom Institut für Philosophie, wo er lehrt und forscht. 2000 hat er promoviert und jetzt muss ich ganz kurz von der Bühne, wenn ich Bücher noch kurz vorhalten wollte, zur Vollständigkeit. Promoviert 2000, erschienen 2000, lassen Sie mich nicht lügen, 14, die Phänomenologie der Gewalt. Zwischenzeitlich war er unter anderem Visiting Fellow am Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien, dieses Institut mit dem wunderbaren Namen, Institut für die Wissenschaft vom Menschen. Wissenschaften, das natürlich auch noch, genau. Und 2013 habilitiert, jetzt habe ich es durcheinander gebracht, die Promotion war Edmund Husserl und die gegenwärtigen Tendenzen in der französischsprachigen Phänomenologie. Und das hier ist die Habil von 2014, genau, die Phänomenologie. Und das andere Buch, das ich noch dabei habe, ist ein Sammelband Gesichter der Gewalt hervorgegangen aus einem Forschungsprojekt am besagten Institut. Das gelaufen ist bis 2010 und am Institut für Philosophie gab es ein weiteres Forschungsprojekt, das sich mit Religion dann beschäftigt hat, jenseits von Mythos und Aufklärung. Da war Michael Staudigl auch der Leiter. Und aus diesem Projekt haben sich mittlerweile schon weitere Projekte entwickelt, die sich immer irgendwie mit Religion, aber natürlich immer auch wieder mit Gewalt beschäftigen. So viel von meiner Seite und jetzt unbedingt zu Ihnen über die Phänomenologie kollektiver Gewalt. Philosophische Gewaltforschung zwischen theoretischem Anspruch und empirischer Herausforderungen. Bitteschön. Vielen Dank für die Einladung und eigentlich für die Laudatio, beziehungsweise auch die thematische Einführung, würde ich mal sagen. Denn wie das so oft passiert, wenn man einen Vortrag schreibt, schreibt man dann etwas ganz anderes, als man ankündigt, weil die Dinge ein bisschen in andere Richtungen streben. Ich spreche natürlich aus der Position eines Phänomenologen, also in solchen verstehe ich mich. Und es gäbe so viele Dinge, die man jetzt gleich nach ihrem Einleitungsstatement diskutieren könnte. Ich glaube, das Allerwichtigste, dass man, wenn man heute Phänomenologie betreibt und wenn man einen Vortrag hält, der in einem phänomenologischen Rahmen sich entwickelt, sagen muss, ist, Husserl sagte das ganz früh, ganz spät, als er sein Krisiswerk bearbeitete, Phänomenologie als strenge Wissenschaft der Traum ist ausgeträumt. Das heißt in erster Linie, dass es so etwas wie universelle Wesenstrukturen für die Phänomenologie der Lebenswelt und für die nach Husserl kommende Phänomenologie in dem Sinne nicht gibt. Also Situativität, Kontextualität etc. sind einfach Bestimmungsgründe von Sinnzusammenhängen. Ich möchte auf jeden Fall weg aus dem Dunstkreis kommen, der der Phänomenologie so eine Orientierung an überzeitlichen Wesenheiten andichtet. Ich denke, das hat sie in einer gewissen Phase vielleicht gehabt, hat sie aber in meinem Verständnis zumindest von Phänomenologie nicht. Der zweite Autor, auf den ich ganz kurz einleitend hinweisen würde, wäre Paul Ricoeur. Paul Ricoeur sagte mal, die Geschichte der Phänomenologie ist eine Geschichte ihrer Heresien. Das führt mich zu der Bemerkung, dass so etwas wie eine Phänomenologie der Gewalt und besonders eine Phänomenologie kollektiver Gewalt eigentlich überhaupt nicht Thema war. Lange Zeit in der Phänomenologie. Das hat sich vielleicht im letzten Jahrzehnt geändert, nachdem unter dem Einfluss der politischen Philosophie neue Themenstellungen aufkamen. Seitdem wird sehr fleißig daran gearbeitet und sehr breit auch in der thematischen Ausrichtung. Und man muss sich dann die Frage stellen, ja, das ist eine legitime Frage. Welche Methode? Die Phänomenologie geht, so wie ich sie verstehe, davon aus, dass es so etwas wie eine Identität zwischen dem Gegenstand und der Methode gibt. Das heißt, die Phänomenologie lässt sich ihren methodischen Herangehensweisen auch vom Gegenstand diktieren. Man könnte mit den klassischen Voraussetzungen, die Husserls Phänomenologie entwickelt hat, Gewalt überhaupt nicht thematisieren. Das ist nicht nur ein Grenzphänomen, das ist ein Unphänomen. Das wäre eine Phänomenologie des Unwesens nahezu. Also das schicke ich nur voraus und entschuldige mich ein bisschen, dass diese Ausführungen jetzt, die in einem phänomenologischen Kontext stehen, ein bisschen anders aussehen werden, ein bisschen anders vorgehen werden. Ich werde zwar versuchen, alles das ein bisschen mitzubehandeln, was ich im Abstract auch versprochen habe, aber Sie sehen es schon hier, es sieht oder es geht ein bisschen anders zur Sache. Ich möchte mit Platon beginnen, mit Platon und seiner Interpretation des Krieges und mit der Situierung des Topos des Barbaren in der griechischen Philosophie. Ich möchte dann in einem zweiten Schritt mehr allgemeine Überlegungen anstellen, die das Verhältnis von Gewalt und Ordnung betreffen und die Frage der Rechtfertigung von Gewalt betreffen. Weil die Rechtfertigung von Gewalt dafür konstitutiv ist, dass etwas als Gewalt gilt oder eben nicht. Und dieses als ist vielleicht das phänomenologische Zauberwort par excellence, etwas als etwas, etwas in seinem Bedeutungsspielraum zur Aussprache zu bringen. Husserl sagt zur Aussprache des im eigenen Sinnes. Das ist die phänomenologische Vorgehensweise par excellence, dieses signifikative Als zum Ausdruck zu bringen. In einem dritten Schritt dann, der hier übertitelt ist die poetische Dynamik der Gewalt, möchte ich diese Überlegungen ein bisschen an aktuellen Diskussionen, ich würde sagen, erproben, framen. Sie werden sehen, ich verlasse mich dabei sehr, sehr wenig auf die Philosophie. Fanon hätte ich vielleicht auch gemacht, wenn es sich ausginge, den ich auch als einen Philosophen verstehen würde, nicht nur als einen Psychiater und Mediziner, auch als einen wirklich genuinen Philosophen. Sie werden sehen, meine Referenzautorinnen und Autoren sind nicht Philosophen. Ich glaube, die Gewalt stellt einfach eine immense Herausforderung für die Philosophie dar, dass sie das interdisziplinäre oder vielleicht eher transdisziplinäre Gespräch suchen muss. Ich hoffe, dass das Gespräch damit vielleicht einen neuen Anlauf bekommt. Erstens Philosophie und Gewalt, ein ambivalentes Verhältnis, Überlegungen am Leitfaden Platons. Die Philosophie hat sich unzweifelhaft seit ihren Anfängen vielfach mit dem Problem der Gewalt befasst. Der oft zitierte Verweis auf Heraklits dunkles Fragment, dass der Krieg als Vater aller Dinge gelte, wird diesbezüglich oft genannt. Man kann auch an Platon denken, der mithilfe seiner Analogie von Seele und Staat den immerfort drohenden Bürgerkrieg der Seele durch eine politische Ökonomie Widergewalt zu bannen sucht. Im Falle Platons wird deutlich, dass die Geburt der Philosophie selbst im Schatten des Krieges, des Peloponnesischen Krieges und der Perserkriege genauer gesagt bedacht werden muss. Der Krieg erscheint aber nicht nur als eine außergewöhnliche Bedrohung des Gemeinwesens. Neben dieser im engeren Sinne politischen Betrachtungsweise, die den Krieg als ein grundsätzlich begrenzbares Phänomen der Politik bedenkt, wirft der Krieg im griechischen Denken vielmehr einen dunklen Schatten auf die Gesamtheit der menschlichen Praxis, sofern er diese betrifft und zerstören kann, sodass er mithin auch im sogenannten Frieden Berücksichtigung finden muss. Kleiniers Antwort in den Nomoi auf die Frage des athenischen Gastfreundes, zu welchem Zweck bei euch das Gesetz die gemeinsamen Mahlzeiten und die öffentlichen Leibesübungen und die Art der Bewaffnung angeordnet hat, ist diesbezüglich erhellend. Jetzt schaue ich mal, ob ich das schaffe. Ja, okay. Zitat Platum. Ich dächte, Freund, dass es für jedermann leicht wäre, den Grund unserer Anordnungen zu erraten. Alles dies ist also in Rücksicht auf den Krieg bei uns eingerichtet und überhaupt hat der Gesetzgeber, wie es mir wenigstens scheint, alles im Hinblick hierauf angeordnet. Denn auch die gemeinschaftlichen Mahlzeiten scheint er eingeführt zu haben, weil er sah, dass alle, sobald sie im Felde liegen, so dann durch die Sache selbst gezwungen werden, ihre eigenen Sicherheit halber während dieser Zeit gemeinschaftlich zu speisen. Und damit scheint er mir denn über die große Mehrzahl der Menschen das Verdammungsurteil als über Toren gesprochen zu haben, indem sie nicht einsehen, dass in der Welt immerfort ein unaufhörlicher Krieg aller Staaten gegen alle sei. Und wenn man daher während des Krieges zur allgemeinen Sicherheit gemeinschaftlich seine Mahlzeiten halten und einen Teil der Befehlshaber und Untergebenen als seine Wachen ausstellen müsse, so sei dies auch im Frieden zu tun. Denn was die meisten Menschen Frieden nennen, das sei nur ein leerer Name. In der Tat aber lebten alle Staaten gegen alle naturgemäß, auch ohne Kriegserklärung, beständig in Fäde. Ende. Nes Zitat. Allgemein gesehen konzipiert Platon die Politik als ein umfassendes Kriegsverhinderungsprogramm. Im Rahmen einer dekadenztheoretischen Auffassung, die den Krieg auf die Raffgier zurückführt, geht es darum, die größtmögliche Begrenzung, ja Verhinderung von aus ökonomischen Gründen geführten Kriegen mittels der Politik sicherzustellen. Diese Hegung des Krieges realisiert er jedoch vermittels einer effektiven Funktionalisierung von Krieg und Gewalt im Sinne der besten oder zweitbesten Polis. Platon hat damit eine langfristige Transformation der Kriege und Krieger im Sinn. Diese soll zu einer Umkehrung der Motive und Interessen führen, die bisher Kriege haben entstehen lassen. Keineswegs werden damit alle Kriege geächtet oder die Gewalt aus der Polis vertrieben. Im Gegenteil, wenngleich natürlich anzumerken ist, dass Platon sehr wohl sich auch darum bemüht, Regeln für die Kriege vor allem zwischen den einander von Natur aus Freund seienden Helenen festzuschreiben. Entscheidend ist aber anderes. Das, was ich die Gewalt der Gerechtigkeit nennen möchte. Gerechtigkeit besagt für Platon, dass, Zitat, jeder das seinige tut. Dass sich niemand in die Belange der anderen, vor allem der anderen Stände, einmischt. In Form von Erziehung, einer Hierarchisierung der Gesellschaftsstruktur soll dieses Prinzip in das soziale Leben eingeschrieben werden. Dass diese soziale Gewalt und auch gewisse Kriege, insbesondere die gegen die sogenannten Barbaren nicht nur explizit legitimiert, sondern mitunter sogar gefordert werden, verweist uns auf die grundlegende Ambivalenz dieser Position. Gerade die so einfach anmutende Antitätik von Griechen und Barbaren, die im Hintergrund mitschwingt, verkompliziert sich dabei jedoch rasch. Sie verkompliziert sich dadurch, dass die Seele selbst für Platon ja einen barbarischen Teil, das triebhafte neben dem vernünftigen und dem muthaften Seelenteil aufweist. Diesen Teil muss sie beherrschen, um nicht in Unordnung und Chaos zu verfallen, um vielmehr, wie er schreibt, ein Leib zu werden. Auf der politischen Ebene reflektiert Platon diesen bedrohlichen Moment im Topos der Stasis, die bekanntlich den Bürgerkrieg zwischen Griechen im Gegensatz zum Polemos bezeichnet. Der Bürgerkrieg ist für Platon das politische Schreckgespenst par excellence. Die Verhinderung des Krieges im Sinne des platonischen Programms muss folglich mit Bezug auf die Verhinderung von Krieg im hellenischen Binnenraum verstanden werden. Sofern Kriege nun für Platon aus Raffgier hervorgehen, verkörpert das hier angezeigte Primat des Politischen, wie gesagt, ein Kriegsverhinderungsprogramm. So wie in der Seele der triebhafte Teil vom verständigen Teil beherrscht werden muss, muss mithin auch in der Polis eine entsprechende hierarchische Ordnung der Stände realisiert werden. Diese Ordnung soll sicherstellen, dass das ökonomische vom Kern des Politischen ferngehalten wird und in einem dienenden Verhältnis zu diesem aufgeht. Wie Platon dezitiert, wenn auch mit Worten, die er Sokrates in den Mund legt, festhält, erfordert dies durchaus auch heilsame Täuschung, List, Irreführung und sogar neue Mythen, das heißt aber strukturell gewaltsame Formen der Sozialisation. Dem entspricht auch das platonische Verständnis von Gerechtigkeit, dass eben jeder das Seinige tut. Politische Gerechtigkeit schafft so die Bedingungen für die Hegung des Krieges im Zeichen der Einheit oder Gesundheit der Polis. Denn Platon zufolge kann der Gerechte bzw. die Gerechte, weil beste Polis, niemandem schaden. Daraus aber folgt, dass sie auch keine ungerechten Kriege führt. In Platons Terminologie heißt das wiederum, dass es auch Kriege gibt, die niemandem schaden, selbst ihren Feinden und das heißt Opfern nicht. Dies betrifft natürlich insbesondere Kriege gegen die Barbaren, die aufgrund ihrer natürlichen Feindschaft mit den Griechen in ihrer schieren Existenz eine Bedrohung darstellen. Platon versteht diese Form des Krieges als eine Art ethische Verpflichtung zum Schutz der besten Polis. Diese aber schädigt dabei eben nicht wirklich, weil im Zeichen der alles überragenden Idee des Guten, die noch höher steht als Gerechtigkeit, deutlich wird, dass ein relativ Böses hier ein Mehr an Gutem in die Welt setzt. Ein solcher Krieg realisiert also vor kosmologischem Hintergrund die Herrschaft des Nomos, des Gesetzes über die Physis, womit sich wiederum zeigt, dass das Barbarische in Analogie zum Innerseelischen, Triebhaften konzipiert wird. Der Krieg gegen die Barbaren, in dem Platons Gerechtigkeitsauffassung zufolge jeder das Seinige tut, ist mithin nicht nur gerecht, sondern eben auch gut und nützlich, sofern er die Barbaren auf ihre naturgegebene Position beschränkt. Entscheidend für unseren Zusammenhang ist bei all dem, dass dieser, das Platon, Begehrliches und Barbarisches in Analogie setzt. Dies zeigt sich innerhalb der Polis daran, dass den Erwerbstätigen keinerlei politisches Selbstbestimmungsrecht zugesprochen wird, ja, dass sie wie Sklaven, wie er schreibt, zu betrachten sind. Der kosmologisch legitimen Gewalt nach außen korreliert also eine politisch legitime Gewaltsamkeit im Inneren. Dies besagt in sozialhistorischer Perspektive, dass Krieg und Gewalt, wiewohl sie auch die Gesellschaft durchdringen, für den griechischen Kontext doch nicht als Fremdkörper zu verstehen sind. Waren sie auch nicht unbedingt alltäglich, wie das anfangs gegebene Zitat vielleicht suggeriert, so waren sie doch auch nicht die große Ausnahme, wie die diskursive Ächtung vor allem individueller Gewalt mit der politischen Moderne uns vielleicht glauben lässt. Man mag nun darüber nachdenken, ob die kosmologisch grundierte Verhältnisbestimmung von Griechen, Barbaren bzw. triebhaften und vernunthaften Seelenteilen eine heteronormative ist, das heißt, ob sie eine inferiorisierende Wertung impliziert. Bei Aristoteles ist dies deutlicher, bei Platon weniger. Ja, man könnte dann fragen, wenn dem so ist, ob Platons Auffassung, dass das Begehren gleichsam das Barbarische in uns wäre, dessen gerechte Beherrschung aus uns bzw. der Polis einen Leib macht, nicht auch Spielräume einer historischen Entasymmetrisierung dieser Relation, der Relation von Griechen und Barbaren anzeigt. Spielräume einer historischen Entasymmetrisierung. Dieses Argument, das Ulrike Kleemeier umfassend ausgearbeitet hat, würde etwa wie folgt lauten. Wenn jeder Mensch das Begehrliche, den Barbaren, in sich trägt, wenn es beim inneren Kampf aber nicht um Ausrottung gehen kann und auch nicht soll, sondern um Kontrolle und Beherrschung, so ist folglich von einem regelrechten Fundierungszusammenhang auszugehen. Das Niedere steht im Dienste des Höheren bzw. ist in ihn zu zwingen. Doch ist das keineswegs ein Freibrief, dieses zu vernichten. Ganz im Gegenteil hebt Platon ja hervor, dass die Gewalt den Barbaren gegenüber enden muss, wenn diese sich ergeben und unterwerfen. Es stehen dieser Interpretation zufolge also auch in Gestalt des Barbaren keine Unmenschen bzw. Untermenschen gegenüber. Als Fremde werden sie vielmehr in ihrer Negativität anerkannt und zwar so, dass der Grieche im Barbaren immer auch die äußere Gestalt des Feindes, der in ihm selbst schlummert, erkennen kann. Die Politeia kennt demzufolge auch so etwas wie ein politisches Außen. Gegen den Barbaren ist mithin auch kein weltumgreifender Bürgerkrieg im Sinne eines letzten Gefechts eines ideologisch oder apokalyptisch aufgeladenen Krieges zum Beenden aller Kriege möglich. Eine solche Idee, die bekanntlich für die großen Ideologien des 20. Jahrhunderts und auch unsere neuen Kriege der Religion auszeichnend zu sein scheint, war Platon schlichtweg fremd. Er interessierte sich realistischerweise vielmehr für die Möglichkeit der Hegung von Krieg und Gewalt in einer notwendigerweise gewaltsamen Geschichte. Dafür spricht auch, dass seiner Wahrnehmung zufolge die Welt zwar in Hellenen und Barbaren geteilt ist, der Barbar aber nicht als Unmensch oder als Verbrecher gegen die Menschheit gilt, sondern als Fremder, als bedrohlicher Fremder gleichwohl. Verbindet diesen also nicht ein basales Band der Anerkennung mit jenem, dass es erlauben könnte, die asymmetrische Antithese Helene-Barbar zu unterlaufen, ja gegebenenfalls sogar zu sprengen. Dafür spricht einiges. Wenn der Helene nämlich lernte, den niederen Seelenteil zu beherrschen, ohne ihn doch ausrotten zu können, muss dann der Barbar immerfort Barbar bleiben. Die Figur des Werdens hätte im Denkhorizont Platons meines Erachtens diese Möglichkeit einer historischen Entasymmetrisierung der Antithese entfalten können. Faktisch war es aber Thucydides' Bericht, Zitat, dass die Hellenen früher gelebt hätten wie die Barbaren heute, Ende des Zitats, der der so philosophisch angezeigten Möglichkeit eines Kontinuums zwischen dem normativ getrennten empirisch Geltung verschaffte. Dies ist freilich eine Option, die sich gerade vor dem Hintergrund der schlimmsten Gewalt, jener der Stasis geltend machte. Das heißt, angesichts einer bedrohlich präsenten Gewalt, die den konkreten Kontext von Platons Staatsdenken darstellt. Thucydides' Schilderung der Ereignisse von Kerküra kann hierfür exemplarisch zitiert werden, da sie die vollständige Erosion der Hegung des Krieges zwischen den Hellenen beschreibt. Das ist nur ein Ausschnitt. So tobten also Parteikämpfe in allen Städten und die etwa erst später dahin kamen, die spornte die Kunde vom bereits Geschehenen erst recht zum Wettlauf im Erfinden immer der neuesten Art ausgekügelter Anschläge und unerhörter Rachen. Und den bislang gültigen Gebrauch der Namen für die Dinge vertauschten sie nach ihrer Willkür. Unbedachtes Losstürmen galt nun als Tapferkeit und gute Kameradschaft. Aber vordenkendes Zögern als aufgeschmückte Feigheit, Sittlichkeit als Deckmantel einer ängstlichen Natur, klug sein bei jedem Ding als Schlaffheit zu jeder Tat. Tolle Hitze rechnete man zu Mannesart, aber behutsames Weiterberaten nahm man als ein schönes Wort zur Verbrämung der Abkehr. Wer schallt und eiferte galt immer für glaubwürdig, wer ihm widersprach für verdächtig. Tücke gegen andere, wenn erfolgreich war ein Zeichen der Klugheit, sie zu durchschauen war erst recht groß. Wer sich aber selber vorsah, um nichts damit zu tun zu haben, von dem hieß es, er zersetze den Bund und zittere vor den Gegnern. Kurz, bösem Plan, mit bösem Tun zuvorzukommen, brachte Lob, auch den noch Arglosen anzustiften. Dass Tychidides der griechischen Kultur hier den Spiegel vorhält und warnend zur Anzeige bringt, welch innere Barbarei möglich ist, verweist jedoch nur auf eine Facette der Ambivalenz, der scheinbar so klaren Distinktion von Kultur und Barbarei. Eine andere, vielleicht für unseren Zusammenhang noch relevantere, wird dort greifbar, wo sie auf den Spuren Herodots und Xenophons, wiederum von Geschichtsschreibern also, zeigt, dass der Barbar Produkt einer Barbarisierung ist. Die sich in ihm verkörpernde anthropologische Differenz ist nicht naturgegeben. Sie resultiert im Gegenteil aus einem thymogenen Diskurs, einem Diskurs genauer gesagt, der sich in der Totalisierung zu einem Armeekörper manifestiert und jegliche diplomatische Kommunikation ersetzt. Dieser Diskurs basiert auf der Distinktion von Phonet und Logos, von sprachlosem Stammeln und vernünftiger Sprache, die zur Unterscheidung des sogenannten Barbaren herangezogen wurde. Mit diesem ist in der Folge aber nicht nur die Assoziation mit dem Barbaren, von Unartikuliertheit, Unverständlichkeit verbunden, sondern vor allem auch von Rohheit, Zurückgebliebenheit und Grausamkeit, welche eine hinreichende Legitimierung für die Verfolgung liefern soll. Diese Genesis des Barbaren aus der linguistischen Differenz, wie Antikapus sie genauer beschrieben hat, ist jedoch nicht alles. Sie hat ihr entscheidendes Pendant in einer affektiven Grundbefindlichkeit, die aus der Nichtanerkennung als Mensch resultiert. Statt von der Unverständlichkeit einer barbarischen Mundart auszugehen, anstatt die undeutliche Artikulation als Symptom einer habituellen Defizienz zu markieren, gilt es, sie als onomatopoetisch vermitteltes Kennzeichen einer Disposition der Angst zu verstehen. Zitat, indem das Barbarische auch die Bedeutung impliziert, in welchem Maße man vor Angst mit den Zähnen klappert und unfähig zum Sprechen ist, nämlich angesichts der griechischen Militärmaschinerie, wird ein Symptom angedeutet, das als Mutismus den Zerfall des Sprechens unter der Barbarei kriegerischer Gewalt sichtbar macht. Daher legt sich der Verdacht nahe, dass dieses Zähneklappern kein Defizit eines normalen Sprachvermögens oder einer Fähigkeit zur Verbalisierung spiegelt, sondern als das existenzielle Zerbrechen unter den Effekten von Angst aufzufassen ist. Barbarisch ist nicht der andere, sondern dieser andere ist in seinem Stammeln viel mehr Ausdruck und Anzeige für die Barbarei, deren autistisches Opfer er wird. Zitat Ende. Traumatologisch gesprochen stehen wir hier vor dem Prozess einer Sprachzerstörung, in der sich das Vermögen des Logos unter der Eindringung der Gewalt einer Limesgestalt annähert und schließlich sprachlosen Spontanäußerungen weicht. Damit ist aber bereits die weitere Pendelbewegung angelegt. Dadurch, dass der Logos dem Polemos gewichen ist, hat letzterer im Logos selbst seine unwiderruflichen Spuren hinterlassen. Die Angst als Affekt besteht entsprechend nicht nur auf Seiten des Opfers weiter. Sie schreibt sich als Implantat der Angst auch auf Seiten des Täters ein, sofern dieser in seiner unangemessenen Antwort auf den Fremden das Phantasma eines anderen kreiert, den es dann umso rationaler auszulöschen gilt. Dies zeigt sich etwa an Herodots Schilderung der Schlacht von Marathon, die darin bedeutsam ist, dass sie den Sieg über die Perser trotz militärischer Unterlegenheit nicht als Ausdruck akzidenteller Tüche wertet, sondern im Sinne eines Interpretationsschemas deutet, das die Kraft des Logos im Kontrast zum barbarischen Gegner betont. Zitat Ich hätte viel lieber viel mehr zitiert, weil dieser ganze Passus unglaublich wichtig ist für dieses Argument. Das Übergewicht der Waffengewalt, nämlich des Gegners, wird hier durch ein logisches Vermögen kompensiert, ja überwältigt. Ratio, verstanden als zweckrationale Klugheit, siegt hier über die Kraft, wodurch in schicksalhafter Weise der Gegner als defizienter Feind mitkonstituiert wird. Zweiter Teil. Gewaltordnung, Rechtfertigung. Was besagt das alles nun für unseren Zusammenhang, werden Sie sich fragen. Es verweist meines Erachtens nicht darauf, dass dem zunächst als ökonomisches bzw. politisches Phänomen erscheinendem Krieg eine natürliche Matrix zugrunde liegt. So hat man mit Hobbes bekanntlich argumentiert und argumentiert man vielfach immer noch, ohne Recht in Betracht zu ziehen, dass der sogenannte Naturzustand des Bellum Omnium Contra Omnes für Hobbes eher ein kontrafaktisches Schreckbild darstellte, denn ein gesellschaftliches Ur-Szenario. Das Ausgeführte weist vielmehr darauf hin, dass die große Scheidung von Vernunft und Gewalt, von der nicht nur Hobbes, sondern die Philosophie generell so lange ausgegangen war und die auch heute noch unseren theoretischen wie praktischen Umgang mit Gewalt präformiert, im Grunde sehr brüchig ist. Ja, es bedeutet, dass Vernunft und Gewalt in der Tat ineinander greifen, miteinander verflochten sind und möglicherweise ineinander übergehen. Damit aber wird das Projekt einer Legitimierung der Gewalt im Namen einer vorgeblich gewaltlosen Vernunft, wie es in den klassischen Dichotomien etwa von Nomos und Bia, Diskeptatia und Wies etc. bis hin Macht und Gewalt angezeigt ist, sehr brüchig ist. Auch in der Gestalt, in der dieses Projekt heute seinen Abschluss zu finden scheint, das heißt in der Denkfigur der zwingenden Kraft von Argumenten, die für den Vernünftigen ihren Zwang verlieren, da dieser keinen Grund hat, sich ihnen zu widersetzen, auch in dieser Gestalt bleibt es fragil. Dies zeigt etwa die aktuelle Debatte um den Postsäkularismus. In diesem Kontext nämlich nähert sich eine diskursivierte Vernunft im Zeichen der Wiederkehr der Religion ihrem Anderen nur so weit an, wie dieses kognitive Potenziale für die erweiterte Selbstermächtigung der Vernunft gegenüber ihrem Anderen liefert. Einem Anderen wohlgemerkt, dass selbst immer einen opaken Kern beibehält, der sich dem sogenannten Übersetzungsvorbehalt, den Habermas formuliert hat, entzieht und der normativen Kraft deliberativer Konsensfindung mithin entzogen bleiben muss. Dass die Vernunft sich in diesen Zusammenhängen leicht in den Fallstricken der Autoidolatrie verliert und für sakrosankt erklärt, dass ihre eigenen unbedingten Ansprüche bedingungslos durchzuboxen geneigt ist, zeigt sich also gerade dort nachdrücklich, wo die abendändische Vernunft auf ihr anderes stößt. Dies betrifft natürlich vor allem den Fall religiöser Gewalt, die ihrer Irrationalität und unverständlichen Grausamkeit wegen oft als neue Barbarei bezeichnet wird, ohne in Rechnung zu stellen, dass die Vernunft selbst von einer autoimmunitären Logik des Heilen durchzogen ist. Dass nun die Vernunft faktisch angesichts solcher Herausforderungen Nolens Wohlens Selbstgewalt anwendet, um ihre Ansprüche zu verwirklichen, um zu überleben, ist aber klar. Sie greift dabei zu Mitteln, die nicht per se rechtmäßig sind, sondern immer je zu rechtfertigen bleiben. Die Gewalt wird so einer Rechtfertigungszumutung unterworfen, wohingegen alle Gewalt, die dieser nicht nachkommt, sich als wilde Gewalt per se abseits des Raums der Vernunft und vernünftiger Rechtfertigung stellt. Der wirkmächtige Mythos einer sinnlosen Gewalt, die sich weder als Antwort noch als Instrument, aber auch nicht aus einer Disposition erklären lässt, findet in diesem Zusammenhang seinen Ursprung. Rechtfertigung der Gewalt im Zeichen der Vernunft besagt vor diesem Hintergrund, dass sie sich mit Bezug, also relativ auf eine vorgängige Gewalt rechtfertigen muss, nicht aber aus sich selbst. Die Rechtfertigung von Gewalt generiert diese mithin als Gegengewalt angesichts einer voraufgehenden bzw. einer drohenden Gewalt. Solche Rechtfertigung setzt dabei notwendigerweise eine Ordnung voraus, auf deren Grundlage sie sich nur sinnhaft artikulieren kann. Indem Hobbes die Faktizität menschlicher Ordnungen hervorhob, innerhalb deren Gewalt nur zu rechtfertigen ist, verschloss er uns den Rückgriff auf die klassischen Figuren einer wahren Gesamtordnung oder einer gerechten Grundordnung. Wir bewegen uns nun vielmehr in der Positivität und in der Kontingenz von Ordnungen. Es handelt sich um Ordnungen, die es gibt und die die legitimierende Instanz mit hin selbst in ein Zwielicht rücken, sofern verschiedene Ordnungen in ihren Geltungsansprüchen notwendig konfligieren. Gewalt ist damit jedoch nicht mehr eindeutig als notwendiges Übel im Rahmen einer kosmologischen Grundordnung oder als Felix Kulper im Kontext einer religiösen Heilsordnung beispielsweise zu fassen. Sie erscheint nun vielmehr als unvermeidbares Faktum. Die solche Art je zu gewährleistete Ordnung von Gewalt aber impliziert sohin auch eine intrinsische Gewalt bzw. Gewaltsamkeit von Ordnung selbst. Denn Ordnungen sind per Definitionen selektiv und exklusiv. Sie bringen Möglichkeiten nur ins Spiel, indem sie andere ausschließen. Anders gesagt, es gibt Ordnung und Rationalität, aber nicht die Ordnung und die Rationalität. Dieses Grundfaktum von Ordnung besagt weiterhin, dass es im Feld der Gewalt zwar Gründe gibt, die je zum Zwecke der Rechtfertigung hervorgebracht werden können, jedoch keine zureichenden Gründe, da ja die Instanz einer übergreifenden oder fundierenden Ordnung schlichtweg fehlt. Jede Rechtfertigung hat also Lücken. Das bewegliche Grundfaktum des Es-gibt-Ordnung markiert daher auch den Ort, an dem die Problematisierung von Macht ansetzen muss. Da nämlich eine Ordnung sich immer gegen andere Ordnungen behaupten und durchsetzen muss, ohne dabei jedoch auf zureichende Rechtsgründe zurückgreifen zu können, da ja keine Ordnung vollständig gerechtfertigt werden kann, verbleibt jeder hegemonialen Ordnung notwendigerweise etwas Gewaltsames. Sie verletzt, wie Bernhard Waldenfels in seinem Werk Ordnung im Willicht argumentiert, bestimmte Ansprüche, indem sie anderen entspricht und Raum gibt. Doch es bleibt andererseits auch kein Weg einer teleologischen Steigerung hin zu einer besten aller möglichen Welten, da uns ja keine wahre Grundordnung mehr zugänglich ist. Damit aber stehen wir vor der Grundproblematik einer unauflöslichen Korrelation von Ordnung und Gewalt. Diese wird dort virulent, wo Ansprüche auftreten, die zugunsten anderer Ansprüche verletzt werden, kein Gehör finden, sich nicht artikulieren können. Problematisch wird dies vollends dort, wo, um nochmals mit Waldenfels zu sprechen, Konflikte zwischen Ordnungen zu einem Kampf zwischen Ordnung und Unordnung hochstilisiert werden. Dies bedeutet nämlich nichts anderes, als dass die Rechtfertigung von Gewalt, Zitat, mit der Selbstgerechtigkeit einer Vernunft erkauft wird. Der Selbstgerechtigkeit einer Vernunft, die sich ihrer eigenen Gewaltsamkeit umso mehr ausliefert, je mehr sie diese durch Rationalisierungen verschleiert. Ende des Zitats. Nicht nur geht daher also eine Verharmlosung der Gewalt mit ihrer Rechtfertigung immer einher. Vielmehr noch müssen wir, um mit Foucault zu sprechen, immer schon von machtvollen Rationalisierungen der Gewalt ausgehen, die sich nicht zuletzt, wie dieser zeigte, in einer wahren Technologie der subtilen, wirksamen und sparsamen Gewalten niederschlägt oder sich als symbolische und sich als symbolische Gewalt im Sinne Bourdieus selbst dabei unsichtbar macht. Was damit implizit angesprochen ist, ist das Problem der verschiedenen Gesichter der Gewalt, ihrer Interdependenz und relationalen Motivierung. Das genannte Motiv, dass Gewalt faktisch immer, wenn auch nicht schlechthin, gerechtfertigt wird, dass sie an eine Rechtfertigungszumutung, wie ich sagte, geknüpft ist, sich diskursiv als Gegengewalt rechtfertigt, erlangt vor diesem Hintergrund seine ganze Bedeutung. Es zeigt an, dass wir es nie mit reiner Gewalt zu tun haben, sondern immer bereits mit sinnförmig artikulierter Gewalt. Es gibt also kein Faktum brutum der Gewalt, keine gewaltsamen Basishandlungen, wir können keine ihr zugrunde liegende Natur ausmachen, keinen übergreifenden Zweck und so weiter, sondern wir haben es immer mit diskursiv formierter Gewalt zu tun, die ihre soziale Praxis grundiert, eine Praxis wiederum, die ihrerseits in die Diskurse einströmt. Dadurch aber ist der Diskurs über Gewalt selbst ein Teil des Gewaltphänomens und Gewaltproblems. Dies zeigen auch neuere Diskussionen über symbolische, strukturelle, kulturelle, epistemische etc. Gewalt, die nachweisen wollen, dass gerade diese mit darüber entscheiden, was als Gewalt gilt und vor allem auch was nicht. Mit der Verflechtung der verschiedenen Formen von Gewalt und der Frage der Metamorphosen ist ein wichtiger Problemzusammenhang angesprochen, auf den ich aber nicht näher eingehen möchte. Der entscheidende Punkt ist ein anderer. Ich sehe ihn darin, dass die zuvor angesprochene Selbstgerechtigkeit der Vernunft nicht bloß einem Phantasma der Unordnung anhängt bzw. aus ihm hervorgeht, sondern mit diesem eine durch und durch ambivalente Beziehung unterhält. Erlauben Sie mir in dem Zusammenhang kurz auf den Gedanken einer Dialektik der Ordnung zurückzugreifen, den Sigmund Baumann entwickelt hat. Ich habe bereits auf die Gewaltsamkeit von Ordnungen verwiesen, auf ihre Selektivität und Exklusivität, die dort zum Problem wird, wo die Ordnung der Vernunft sich ihrem Anderen gegenüberstellt. Bei Baumann wird dies folgendermaßen rekonstruiert. Ordnung und Chaos. Punkt. Wenn sie überhaupt erstrebt wird, das heißt insoweit über sie nachgedacht wird, wird Ordnung nicht als Ersatz für eine alternative Ordnung angestrebt. Der Kampf um Ordnung ist nicht ein Kampf der einen Definition gegen eine andere, einer Möglichkeit Realität auszudrücken gegen eine andere. Es ist ein Kampf der Bestimmung gegen die Mehrdeutigkeit, der semantischen Präzision gegen Ambivalenz, der Durchsichtigkeit gegen Dunkelheit, der Klarheit gegen Verschwommenheit. Ordnung als ein Konzept, als eine Vision, als ein Zweck konnte nicht ausgedrückt werden, hätte es nicht die Einsicht in die totale Ambivalenz, die Zufälligkeit des Chaos gegeben. Ende des Zitats. Entscheidend ist nun, dass Ordnungen, die sich in ihren selektiven und ausschließenden Effekten positiv setzen, in eins festsetzen, was ihnen gegenüber als außerordentlich gilt. Dieses Außerordentliche, das in sie einzubrechen scheint, Unordnung anrichtet, beziehungsweise anzurichten scheint, ist daher jedoch der Ökonomie von Ordnung nicht fremd. Die Ordnung braucht es vielmehr. Sie parasitiert an ihm. Er produziert es, nur scheinbar paradoxerweise selbst. Reproduziert es und kodifiziert es in eins als Unordentliches. Eben als solches ist es notwendig, das heißt als Material für die Tätigkeit des Ordnens. In dieser Hinsicht wird die konstitutive Ambivalenz von Ordnung, die Verknüpfung mit seinem Anderen, das als Chaos droht, greifbar. Zitat. Ordnung ist ständig im Überlebenskampf begriffen. Das Andere der Ordnung ist nicht eine andere Ordnung. Die einzige Alternative ist das Chaos. Das Andere der Ordnung ist das Miasma des Unbestimmten und Unvorhersagbaren. Das Andere ist die Ungewissheit, jener Ursprung und Archetyp aller Furcht. Chaos, das Andere der Ordnung, ist reine Negativität. Es ist die Verneinung all dessen, was Ordnung zu sein sucht. Gegen eben diese Negativität konstituiert sich die Positivität der Ordnung. Aber die Negativität des Chaos ist ein Produkt der Selbstkonstitution der Ordnung, ihre Nebenwirkung, ihr Abfall und gleichwohl die Conditio sine qua non ihrer reflexiven Möglichkeit. Ohne die Negativität des Chaos gibt es keine Positivität der Ordnung. Ohne Chaos keine Ordnung. Zitat Ende. Ordnung bzw. ordnende Vernunft parasitiert also in der Tat am Außerordentlichen. Gewalt erscheint so, um mit Derrida zu sprechen, als das ursprüngliche Supplement von Vernunft. Für meine folgenden Überlegungen zum Problemkreis kollektiver Gewalt, da komme ich jetzt hin, ist es nun unerheblich, worin sich die Imaginationen von Unordnung verkörpern. Zwar hat man in der Tat versucht, Taxonomien dieses Imaginären zu erstellen, um den Übergang vom imaginären sozialer Vernichtungswut, wie Jacques Semelin es genannt hat, zur konkreten Dynamik von extremer kollektiver Gewalt zu erhellen. Vielfach hat man diesbezüglich unter anderem auf die bedrohlichen Abstraktionen und ehrenen Zwänge der Moderne hingewiesen. Exemplarisch meines Erachtens hat das Enzo Traverso getan. Oder aktuell auf den Mahlstrom der Globalisierung, der die Sicherheit traditioneller Identitäten infrage stellt und eine Politik der Dead Certainty auf den Plan ruft, wie es Arjun Appadurai ausformuliert hat. Entscheidend ist bei all dem, meines Erachtens jedoch nicht, welche Metatheorien der Moderne, der Postmoderne oder der Residue in einer Vormoderne wir in Anschlag bringen, um die Tragfähigkeit dieses Zusammenhangs nachzuweisen. Wie auch immer Ordnung konzeptualisiert und die Notwendigkeit ordnender Gewalt in diesen Kontexten sozialtechnologisch deduziert wird, sie alle produzieren die Negativität des drohenden Chaos vor allem durch die Performativität ihrer eigenen Gewalt. Gewalt erscheint dabei dann in der Tat als eine wahrhafte Sozialtechnologie. Warum? Da die möglichen äußeren Bruchlinien der Vergemeinschaftung immer auch ins Innere gespiegelt werden. Dies wiederum zeigen die sich ebenfalls ins Paranoie des steigernden Figuren, Schreckfiguren des inneren Feindes, des Abweichlers, des Verräters oder auch des Apostaten unter anderem, denen ebenso massive Gewalt entgegenschlägt, klar an. Damit zum dritten Teil, die poetische Dynamik der Gewalt. Der zuvor erwähnte Historiker und Genozidfürscher Semelin hat in diesem Zusammenhang hervorgehoben, wie wichtig es ist, den Prozess des Übergangs vom Imaginären zum Realen ins Auge zu fassen, um zu verstehen, wie ein ideologischer Diskurs, der paranoid um die eigene Verletzlichkeit und Vernichtungsangst kreist, in die Praxis der Vernichtung des anderen umschlagen kann. Was ermöglicht es, dass ein Identitätsdiskurs, der seine Wurzeln in imaginären Feindvorstellungen hat, in Allmachtsfantasien umkippt, die Angst systematisch in Hass transformieren können. Semelin zufolge ist hierfür vor allem ein ideologischer Diskurs verantwortlich, der drei zentrale Motive synergetisch orchestriert. Die emotionale Kraft der Identität, die ein leidendes Wir eint, ein religioides Streben nach Reinheit, sowie die wahnhafte Rationalität des sogenannten Sicherheitsdilemmas, in dem das Wir gegen das Sie alternativlos steht, ohne einen vermittelnden Dritten zuzulassen. In Semelins eigenen Worten, Zitat, damit, mit der Vorstellung des total anderen nämlich, schließt sich der Kreis. Wir gingen aus von der Konstruktion von Identität durch die Markierung der Differenz. Wir haben gesehen, dass sich der identitäre Prozess radikalisiert, indem er sich auf die Reinheit gegenüber einem anderen beruft, der als ein Verräter betrachtet wird, als schmutzig, fremdartig und korrumpiert. Die Angst, die seine bösartige Differenz hervorruft, treibt aber letztlich dazu, ihn auszustoßen oder zu vernichten, aus Gründen der Sicherheit. Und diese Radikalität der Vernichtung des Sie besiegelt offenbar die Allmacht eines Wir, das über den Tod triumphiert. Also wir sind am Anfang. Wie Semelins festhält, beschreibt das Gesagte keinerlei lineare Abfolge. Die Motive sind verschiedentlich miteinander verflochten und verstärken sich gegenseitig. Zitat, in der imaginären Alchemie des Feindes haben sie auch nicht dieselbe Funktion. Die Identität bildet den Rahmen für die Ausformung der Gewalt. Gefestigt wird der identitäre Rahmen durch das Reinheitsstreben, das in den Nimbus des religiösen oder säkularen Heiligen aufpfropft und ihn damit verabsolutiert. Das Sicherheitsbedürfnis, das mit der Krise einhergeht, mit welcher auch immer, die zur Entwicklung dieser imaginären Formation führte, treibt dann zum Handeln. Zitat Ende. Nun sind diese drei Phantasmen der Integrität, wie ich sie nennen würde, Semelin zufolge jedoch nicht einfach diskursive Konstrukte. Sie verweisen vielmehr auf eine Verankerung im Realen. Im Zusammenwirken dessen, was er die imaginäre Alchemie des Feindes nennt, pfropfen sie sich seiner Auffassung zufolge einem elementaren psychischen Kern auf, der der Gewalt zugrunde liegt. Es handelt sich um einen Kern, den Semelin im infantilen Imaginären und dessen depressiv-paranoiden Primärkonflikt, der das Selbst zwischen Vernichtungsangst und Allmachtfantasie oszillieren lässt, verortet. Dieser Kern sei, schreibt er, elementar und deshalb universeller Natur und könne sich in Krisensituationen in soziales Dynamit verwandeln. Die Möglichkeit einer kollektiven Regression in diesen Urkonflikt soll demzufolge das Abgleiten in Prozesse extremer kollektiver Gewalt erklären können. Während ich die Analyse der genannten Phantasmen für zutreffend und wichtig erachte, halte ich diese fundamentale Anleihe an psychoanalytischen Theoriebildungen, insbesondere bei Klein, Fornari und Spitz, Theoriebildungen verschiedenster Provenienz also für problematisch und auch irreführend. Eine solche Sicht läuft letztlich nur wieder darauf hinaus, der Gewalt eine natürliche Grundlage unterzuschieben. Das aber hieße, wie Neil Whitehead entsprechend kritisiert, thus viewed, violence is pictured as a natural fact contingently expressed rather than as a contingent fact historically expressed. This contingent historicity of violence implies that we must entertain the possibility that violence is often more necessary to effective cultural performance than we may care to admit, either in our own case or in that of others." Entscheidend scheint mir in diesem Zusammenhang nun vielmehr ein Gedanke Wolfgang Sowskis zu sein, der sich meines Erachtens verallgemeinern lässt und die unabsehbare Dynamik zu erklären vermag, der organisierte Gewalt unterliegen mag. Zitat, sehr kurz, deswegen ist es da nicht drinnen, doch so langwierig die Vorbereitung, schreibt Sowski, der Affekt entsteht erst während der Tat. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund lautet meine These, extreme Formen kollektiver Gewalt, vor allem jene, die sich durch nicht instrumentelle Grausamkeit auszeichnen, können als eine Poetik der Gewalt, wie der genannte Neil Whitehead sie genannt hat, verstanden werden. Eine solche Poetik produziert, ganz im ursprünglichen aristotelischen Sinne, das von ihr gefürchtete bzw. bekämpfte monströse Andere affektiv selbst, nicht zuletzt im Inneren. Wie? Durch eminent kulturell kodierte Gewaltpraxen und Diskurse. Als Beispiele ließen sich diesbezüglich nun verschiedene Formen der Grausamkeit analysieren, wie sie vor allem von Anthropologen, aber auch Theologen, Pädagogen, Historikern und mitunter auch Philosophen, insbesondere Fanon, aber auch Sartre, verschiedentlich analysiert wurden. Ihnen gemeinsam ist, dass sie über den Körper des Anderen, die Bodypolitik, um diesen hopschen Ausdruck zu verwenden, seine Gemeinschaft angreifen. Im symbolischen Mehrwert grausamer Gewalt wird jedoch nicht nur dem Körpersein instrumentell Schaden zugefügt. Vielmehr wird durch die Verletzung seiner vielfältigen symbolischen Institution und seiner Verankerung in einer Sozialwelt das lebendige Faktum menschlichen Leibhabens anvisiert, in sexualisierter Gewalt zum Beispiel die intragende generative Infrastruktur. Grausamkeit verletzt damit mehr und anderes als die physische Integrität des Menschen. Ihrer Logik zufolge entmenschlicht sie ihn, sei es, dass sie ihn animalisiert oder aber objektiviert. Animalisierung qua Barbarisierung konvergiert dabei wiederum vielfach mit Objektivierung in Form von Kommodifizierung, eine Korrelation, die vor allem dort bedeutsam erscheint, wo die Vernichtung zur Arbeit wird, das zu Vernichtende zum puren Material. Hierfür lässt sich nun eine Reihe von Beispielen aus verschiedenen Kontexten anführen und diskutieren. Ich werde mich, wenn Sie mir sagen, wie viel Zeit ich noch habe, zwei Minuten, ich werde mich also auf zwei, maximal drei Beispiele beschränken, um so zu meiner Schlussüberlegung überzuleiten. Beginnen wir mit dem Genozid in den Amerikas. In unserem Sinne zu Rate ziehen lässt sich hier Las Casas kurzgefasster Bericht von der Verwüstung der westindischen Länder oder auch, da er ihn massiv zitiert, Jack Forbes' Buch Columbus and Other Cannibals. Dort lesen wir. Columbus had had experience along the coasts of West Africa, helping to carry Africans to Portugal. He was apparently very familiar with the slave trade and with the philosophy of imperialism. As we shall see, he implemented a process of genocide probably without parallel until the days of Hitler. Moreover, it was his intention to commit ethnocide and to ruthlessly exploit the people he found in America. Columbus did not require any economic disappointments or armed resistance to develop an argument for the total depopulation of an island or alternatively the total subjection of the inhabitants. These Native Americans, who were not eaters of human flesh and who were, as Columbus reported, peaceful and inoffensive solely for the crime of being alive and unconquered, were to be forced to work for the Spaniards and to have their way of life radically changed. Las Casas noted, he will finish in a very short time consuming all the people of this island, Haiti, because he was determined to load the ship so they might be sold well. Thus, Columbus planned to act out his role as a cannibal in a very literal sense, filling every vessel with slaves. The Americans were simply raw material grain, constituting a grangeria granary for spanish consumption. Unquote. Diese Überlegungen wurden neuerdings von Neil Whitehead weitergeführt mit Bezug auf das, was er entsprechend die Cannibal War Machine nennt. Wir bewegen uns damit, wie schon bei Forbes und Las Casas deutlich wird, auf ein radikales Umschlagen des Bildes des Barbaren zu, das anfangs in der Rede von einer tropischen Bewältigung zur Sprache kam. Bei Whitehead liest man. Las Casas' famous account precisely registers the culture shock of not just an encounter with the exotic, but shock at a new world order that was rapidly emerging from the profits of plunder and the extraction of gold, silver, pearls, timber, animals, and persons. The Spaniards, studying and learning nothing, assaulted the Indians like cruel and starving tigers, wolves, and lions for the space of 40 years after their first landing. Inhumanely and barbarously, they butchered and harassed the Indians with many kinds of torments never before known or heard of. The invention of these new and unimagined forms of violence narrated in Las Casas' account is precisely the birth of the Cannibal War Machine. This Cannibal War Machine thus accrued vast profits. The high rates of profit for these commodities was exactly related to the unfettered consumption of persons as insurgents and slaves. War had become a mode of economic production. Unquote. Diese kannibalische Kriegsmaschine bildete und perfektionierte sich unter den Bedingungen kolonialer Straflosigkeit. Doch sie kam auch nach Hause, wie vor allem der 100-jährige Krieg und die Apotheosen der Gewalt im 20. Jahrhundert zeigten. And so the new World War Machine was also a European cannibal, as first civil wars and ultimately world wars ensued, with the meaning of the suffering of millions killed and sacrificed for the sacred empowerment of European nation states to be found in the relentless pursuit of the modern project. Ich überspringe etwas und gebe noch ein Beispiel in Bezug auf den Nationalsozialismus. In Bezug auf den Nationalsozialismus mag der Fokus auf Grausamkeit vielleicht unangemessen erscheinen, sofern in Bezug auf die Problematik industrieller Massenvernichtung eher nebensächlich diskutiert werden könnte. Die Problematik der Grausamkeit scheint mir jedoch dort relevant zu werden, wo sie der Dehumanisierung der Opfer zuarbeitet. Wie Olivier Razak in seiner Histoire-Politique du Barbele zeigte und Veronique Naum-Krapp verdeutlichte, bedeutet der Eingang in die Welt des KZ ganz wortwörtlich, ich zitiere, den Eingang in ein Königreich der Scheiße. Die Grausamkeit der Deportation von Menschen wie Vieh in Wegen, die mit Gelanden von Fäkalien drapiert waren, die Entwürdigung, die sie erfuhren, als manche zwischenzeitlich herausgelassen wurden, sich notwendigerweise erleichterten und das vor den Augen der Passanten, die solches Verhalten nur als tierisch abtun konnten, verweist auf das Verbrechen der Entweihung, auf Besudelung, auf eine Verachtung, die jenseits aller Missachtung liegt. Die Barbarisierung des Anderen spielt zu einer sozialen Produktion von Indifferenz zu. Diese lässt sich beispielsweise aber auch auf der Ebene kleinster Alltagsgewalt wiederfinden. In allgegenwärtigen entehrenden Ohrfeigen, die im Nationalsozialismus soziale Grenzen zu überschreiten erlaubten und so bereits anfänglich ein mögliches Mehr an Gewalt immer in den Raum steckten. Okay, ich lasse Fanon und Ruanda aus und lasse diese Ausführungen so stehen, um zum Abschluss der Überlegungen zurück zur Analyse am Beginn zu kommen. Die Frage, die uns bei unserer Untersuchung Platons und der Figur des Barbaren beschäftigte, kreiste zuletzt um den Topos der Sprachzerstörung und der linguistischen Differenz, die den Topos des Barbaren symbolisch zu instituieren erlaubte. Nicht aber nur um eine symbolische Institution ging es, wenn wir uns erinnern. Diese Institution führte uns in eins zur Spiegelfunktion, die den Griechen im Medium historischer Reflexion an den Barbaren in sich selbst gemahnte. Dieses barbarische Prinzip in sich zu beherrschen, sei es in der Einzelseele oder in der politischen Gemeinschaft, stellte sich als entscheidendes Motiv dieses Ansatzes heraus. Solche Beherrschung wird Platon zufolge vermittels einer durchaus gewaltsamen Erziehung zur Gerechtigkeit beziehungsweise der Rechtfertigung von auch radikalem Krieg gegen die sogenannten Barbaren realisiert. Es handelt sich dabei jedoch um eine in der Tat tropische Bewältigung des Barbaren. Der mutistischen Gewalt dem Barbaren gegenüber korreliert nämlich ein sich ausbildender autistischer Habitus der eigenen Barbarei gegenüber. Die Verletzlichkeit, die dieser zugrunde liegt, ist jedoch nicht, wie ich nun argumentieren würde, auf eine Regression in ein infantiles Imaginäres zurückzuführen. Sie muss vielmehr aus der symbolischen Abwehr der eigenen Verwundbarkeit und Verletzlichkeit erklärt werden, die sich in letzter Instanz zu einer regelrechten Flucht vor Verletzlichkeit im Allgemeinen auswächst. Diese führt ihrerseits, wie Deborah Birkhofen in einer Reihe von Arbeiten brillant gezeigt hat, zu einer, wie sie es nennt, Politik des autonomen, handlungsmächtigen und unverletzlichen Körpers. Daraus resultiert das gepanzerte Körpersubjekt der fraternalistischen Traditionen, das nur die Alternative kennt, das andere entweder zu beschützen oder zu vernichten. Da es von einer beständigen Angst vor der Verletzlichkeit dem Anderen, dem Weiblichen, dem Weiblichen vor allem in ihm selbst, wie Bordieu einmal anmerkte, besessen ist, bleibt Gewalt die irreduzible Matrix seiner Interaktionsordnungen. Dass gegen diese Logik wird sie global, in letzter Instanz scheinbar paradoxerweise, nur mehr die Verletzlichkeit selbst als Waffe eingesetzt werden kann, wie wir es vor allem aus sogenannten Selbstmordattentaten kennen, aber auch aus sinnlos anmutenden Inszenierungen der Grausamkeit, ist nur die andere Blattseite der genannten Cannibal War Machine. Denn diese verändert sich ihrerseits unter globalen Bedingungen, wie Whitehead ausführt, um vollends die Gestalt ihres relevanten Anderen anzunehmen. Oh, no. The contemporary Cannibal War Machine directly reflects the globalized, digitized, and immaterial forms and relations of power that are controlled by a deterritorialized pirate class of nomadic offshore capital. It no longer needs the state. War becomes an infinite possibility for the enactment of an infinite justice in response to the infinite threats of terror and insurgency, criminality, or civil disobedience. At this point, then, the war machine truly eats its own. In turn, war itself theses to be a clash of nation states and becomes the profligate consumption of high-tech weaponry and resources in pursuit of these intangible and mystical goals, goals which nonetheless are highly profitable. Sacred empowerment comes not just through human sacrifice, but through the sorcery of military killing, killing one's enemies through secretive and hidden methods. Unseen high-altitude bombing or drone strikes, covered operations which shapeshift the identities of killers, and the ability to see in the darkness of night are all a mimesis of the imaginative worlds and subjective experiences manifested once in forms of witchcraft, magic, and assault sorcery. Unquote. Aus dem Kannibalen wird hier der Hexer. Aber die Figuren bleiben austauschbar. Es ändert sich nichts. Die einzige Lösung, die angesichts dessen sich abzeichnet, hat er vielleicht schon Melville geahnt, als ein Moby Dick ganz am Beginn den Protagonisten die Wahrheit seiner ganzen Reise erkennen lässt. Quote, Better sleep with a sober cannibal than with a drunken Christian. Unquote. Das Problem ist bekanntlich nur, dass sie im selben Boot sitzen mussten. Vielen Dank. Applaus Chu. Danke. Danke. Vielen Dank.